BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landesabstatt herzlich willkommen. Papst Franziskus hat den Amtsverzicht von Bischof Gebhard Fürst angenommen. Das wurde am Montag um 12 Uhr im Vatikan und zeitgleich in Rottenburg bekannt gegeben. Damit ist der bischofliche Stuhl der Diözese Rottenburg-Stuttgart vakant, also nicht besetzt. Bischof Gebhard Fürst hatte den Papst in einem Brief darum gebeten, seinen Amtsverzicht aus Altersgründen zum 75. Geburtstag anzunehmen. Diesen Geburtstag hatte Fürst am Samstag gefeiert. Die Rottenburger Festhalle am Samstagmittag. Zahlreiche geladene Gäste, darunter auch Prominente aus Politik und Verwaltung, waren gekommen, um Bischof Gebhard Fürst zu seinem 75. Geburtstag zu gratulieren und sich gleichzeitig von ihm als Amtsträger zu verabschieden. Ministerpräsident Winfried Kretschmann war in doppelter Funktion da, denn ihn verbindet seit vielen Jahren eine Freundschaft mit Gebhard Fürst, schon vor seiner Zeit als Bischof. Ich glaube, wir hatten ein sehr ähnliches Grundverständnis, wie man eigentlich mit Menschen umgeht. Nicht, dass man sie in ihrer Verschiedenheit akzeptiert und das kann man nur, wenn man ihnen richtig zuhört, also ihnen Aufmerksamkeit schenkt und vor ihrer Meinung Respekt hat. In seiner Ansprache ging dann Winfried Kretschmann kurz auf die verschiedenen Stationen Fürsts ein, als Doktorand, als Leiter der Diözesanen Akademie und schließlich als Bischof. Hier hob Kretschmann vor allem Fürsts Bemühen hervor, den Glauben in einer säkularen Welt anschlussfähig zu halten. Klar, ein einzelner Bischof kann den Trend nicht umkehren, aber Bischof Fürst hat wenigstens alles versucht, dass der Glaube und die Kirche im Kontakt mit den Menschen bleiben, indem er erstens zu aktuellen Herausforderungen Stellung bezog, den Menschen Orientierung bot. Am Ende des Festakts richtete der scheidende Bischof noch ein paar Worte des Dankes an alle, die bei dieser Feier mitgewirkt und organisiert haben, aber auch an die vielen Menschen, denen er während seiner Arbeit begegnet war. Denn von diesen Begegnungen sei er gestärkt nach Hause gegangen. In all den vielen Begegnungen hier in der Diözese, aber auch weltweit, ist für mich, und das werde ich jetzt vermissen, die Dimension der Begegnung mit Menschen in ihren verschiedenen Lebenssituationen, Kulturen und Überzeugungen, das ist für mich das, was mich am meisten in diesen 23 Jahren beeindruckt und erfreut hat. Nach dem Festakt folgte das Pontifikalamt in Rottenburger Dom, die letzte Messe, die Fürst in seiner Eigenschaft als Diözesanbischof zelebrierte. Per Videoleinwand wurde die Messe auf den Marktplatz übertragen. Dort konnte, wer wollte, auch die Kommunion empfangen. Nach dem Gottesdienst ging es nach draußen, denn jetzt folgte der dritte und letzte Akt der Geburtstags- und Abschiedsfeier. Oberbürgermeister Stephan Neher hob die Verdienste von Bischof Geppert Fürst für die Stadt Rottenburg hervor. Wegen dieser Verdienste erhielt der scheidende Bischof auch die Ehrenbürgerwürde der Stadt. Für Rottenburg war es ein besonderer Bischof. Er hat sich wahnsinnig für die Stadtentwicklung eingesetzt. Der heutige Eugen-Bolz-Platz wäre ohne sein Zutun nicht denkbar. Die Renovierung des Verwaltungssitzes, die Konzentration der Arbeitsplätze hat gezeigt, er bekennt sich zu Rottenburg. Vorgänger Bischof hat immer wieder mal geliebäugelt, Richtung Stuttgart zu ziehen. Doch ein Umzug nach Stuttgart war unter Bischof Fürst kein Thema mehr. Wie es allerdings in der Zukunft aussieht, wird sich noch zeigen müssen. Ein Nachfolger steht noch nicht fest und es kann mehrere Monate dauern, bis der bischöfliche Stuhl wieder besetzt ist. Geppert Fürst jedenfalls freut sich auf seinen Ruhestand. 23 Jahre ist eine lange Zeit und ich glaube, es ist gut, dass es so eine Saison gibt. Natürlich werde ich viel vermissen, da muss ich mich auch umstellen. Aber ich freue mich schon jetzt auf, ich sage mal, eine souveräne Zeitgestaltung. Mit dem großen Zapfenstreich auf dem Rottenburger Marktplatz jedenfalls ging der letzte Tag der Amtszeit von Geppert Fürst zu Ende. Und nachdem die Bürgerwache Rottenburg abgezogen war, folgte noch ein Abend der Begegnung mit Glühwein und Gesprächen. So wird die BW1-Nachrichten für heute. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt.